Der ISIS-Finger von Antonio Rüdiger. Habe ich ihn besser getroffen oder er vielleicht? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Der gute Mann hat auch sich aufmerksam gemacht mit diesem Bild, welches er vor etwa zwei Wochen auf Instagram geteilt hat. Richtig Aufmerksamkeit, richtig Fahrt in die Sache kam dann, als Julian Reichelt vom islamistischen Gruß gesprochen hat und den Vergleich gezogen hat zu IS-Terroristen, zu Extremisten, zu Islamisten, die dieses Zeichen innerhalb der letzten gut 20 Jahre für sich vereinnahmt haben. Antonio Rüdiger, deutscher Fußballer, Nationalspieler, hat dieses Bild auf Instagram geteilt und schreibt dazu folgende Worte. Ramadan Mubarak to all Muslims around the world. May the Almighty accept our fasting and prayers. Hashtag always believe. Er kniet auf einem Gebetsteppich der rechte Zeigefinger erhoben gen Himmel. Seit weit über 20 Jahren ist dieses Symbol, diese Geste, dieses Zeichen zu einer Art Erkennungssymbol, zu einem Erkennungsmerkmal von Islamisten geworden, von Terroristen. An Popularität gewonnen hat er vor allem durch Osama Bin Laden am 11. September 2001, nachdem dieser mit dafür verantwortlich war, dass Flugzeuge in die World Trade Center in den USA geflogen sind, im schlimmsten Terroranschlag auf die USA seit deren Geschichte. Sämtliche weitere Islamisten über Al-Qaida, die Taliban, den islamischen Staat, Hamas, Hisbollah und viele, viele andere nutzen dieses Zeichen, werben damit auch unmittelbar nach ihren Taten. Es gibt zig verschiedene Beispiele, auch leider aus der deutschen jüngeren Geschichte, wo Islamisten, wo Extremisten dieses Zeichen genutzt haben, um eben auf sich und ihre Taten aufmerksam zu machen. Ein weiteres sehr populäres Zeichen der deutschen jüngeren Geschichte, Vergangenheit ist der sogenannte römische Gruß. Da ist man sich allerdings einig darüber, dass er in der Form, wie er dann durch die Nazis, durch Hitler benutzt wurde, dass er nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist und das ist nur freundlich ausgerückt. Er ist offiziell verboten. Das gilt für den sogenannten Tauhid-Finger der Islamisten noch nicht. Noch, weil ich die Hoffnung habe, dass man auch da in naher Zukunft nachsteuern möge. Auch über das chinesische Sonnensymbol ist man sich durchaus einig, dass das keine gute Idee ist, wenn man seine Zuneigung zur chinesischen Kultur ausdrücken möchte, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist, zumindest wenn wir das auf Deutschland beziehen. In seiner ursprünglichen Form ist dieser Finger, der in anderer Darstellung beim Gebet gezeigt wird, überhaupt nicht problematisch. Genauso wie übrigens vor 1933 der römische Gruß überhaupt nicht problematisch gewesen ist. Das hat sich dann eben mit der Zeit entwickelt. Das gilt auch für viele andere Gesten, für andere Symbole aus der Geschichte. Man muss eben auch den Kontext dazu einmal betrachten. Nicht umsonst sind diverse Aussagen und Sprüche mittlerweile verboten. Ob man das gut heißt oder nicht, spielt für die Debatte überhaupt keine Rolle. Was wir aber wissen ist, dass bestimmte Gestiken, dass bestimmte Zeichen von Gruppen vereinnahmt werden, dass sie als eine Art Erkennungssymbol dienen. Und dann muss man sich eben den Gegebenheiten anpassen. Und das passiert in Deutschland sehr einseitig, wie wir an dem Beispiel von Antonio Rüdiger wunderbar sehen können. Als erstes hat wirklich Julian Reichelt auf dieses Bild aufmerksam gemacht. Und er macht anhand wirklich vieler verschiedener Beispiele fest, warum es tatsächlich problematisch ist, gerade als Fußballer, als jemand mit Vorbildfunktion, sich so im Internet auf einem Foto ablichten zu lassen, mit vielen Millionen Fans, vor allem auch jungen Fans, ziemlich sicher auch vielen muslimischen jungen Fußballfans. Jetzt weiß ich nicht, ob es sich dabei einfach nur um dümmliche Naivität handelt oder ob er hier tatsächlich bewusst gehandelt hat. In der Beurteilung dieses Bildes sollte man sich eigentlich einig sein, dass man das zutiefst verurteilt, dass er das Bild aus dem Internet zügigst, schleunigst entfernen sollte. Aber da ist man sich anscheinend nicht so einig wie ich es oder wie anderes, wie es manche Islamwissenschaftler gerne hätten. Rüdiger steht nicht das erste Mal in der Kritik. Vor drei Jahren drückte er bei diesem Bild auf Gefällt mir, so wie es über dreieinhalb Millionen andere getan haben. Da hat der ehemalige MMA-Kämpfer Khabib dieses Foto auf Instagram geteilt. Dort zu sehen der französische Präsident Macron und ein schwarzer Stiefelabdruck in seinem Gesicht. Der hatte damals auf den islamistischen Terroranschlag hingewiesen. Da wurde der französische Lehrer in der Nähe von Paris, Samuel Paty, mit einer Axt von einem Islamisten geköpft. Der Täter damals gerade einmal 19 Jahre alt. Ein weiteres Beispiel dafür, dass wir sehen, wozu Fundamentalisten, wozu Extremisten im Namen des Glaubens, im Namen ihrer Religion tatsächlich fähig sind. Jeder, der diese Geste verteidigt, der sich mit Islamisten dadurch gemein macht, stellt sich in meiner Meinung nach absichtlich dumm und zeigt sich bewusst ignorant. Der Verfassungsschutz in Bayern führt den ausgestreckten Zeigefinger unter islamistischer Symbolik. Warum der bayerische Verfassungsschutz das hinbekommt, viele Politiker, prominente Stimmen, es aber nicht für notwendig halten, das zu verurteilen oder zumindest die Problematik dahinter zu benennen, sich im Gegenteil noch für ihn einzusetzen und das Ganze zu verteidigen, das bleibt mir wirklich schleierhaft. Ein Beleg dafür, dass er im Recht sein soll, dass Julian Reichelt hier falsch liegt mit seiner Kritik an diesem, mit seiner völlig berechtigten Kritik an diesem Bild, soll sein, dass der DFB und Rüdiger ihn angezeigt haben. Wir wissen spätestens seit der jüngsten Vergangenheit, dass der Anzeigenhauptmeister, dass jeder von uns rausgehen kann, willkürlich Leute anzeigen kann. Das heißt in erster Konsequenz überhaupt nichts. Es wird interessant, wenn das Ganze vor Gericht gehen sollte, wie dann entschieden wird. Meiner Meinung nach handelt es sich um eine absolut saubere Herleitung über die Kritik an diesem Gruß, wie er gezeigt wird, wie er vor allem seit Anfang der 2000er Jahre benutzt und gezeigt wird. Vorher habe ich keine Bilder gefunden, wo irgendwelche populären Muslime irgendwo auf der Welt diesen Finger in der Form gezeigt haben und nicht wie er in vielen anderen Zeichnungen, Überlieferungen, Darstellungen im Islam während des Gebets gezeigt wird. Ja, das war es mit diesem Video. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Bis dahin. Macht's gut. Musik 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 Untertitelung. BR 2018